Kann man nochmal sagen, fokussiert euch wirklich auf eure LKs, weil ich wusste auch nicht, dass die Doppelt gezählt werden. Bei mir wurde einfach jedes Semester Sport gestrichen. Ich teile seit einiger Zeit hier auf YouTube meine ganzen Lerntipps und Lernmethoden, habe dieses Jahr auch ein 0,8 Abitur geschafft, also offiziell ist es dann 1,0, aber mathematisch 0,8. Und heute möchte ich euch mal meine ganzen Noten zeigen, weil mich das einige gefragt haben, aber eben auch, weil ich meine ganzen Lernstrategien immer hier auf YouTube geteilt habe und heute mal zeigen möchte, was da rausgekommen ist. Ich werde euch wirklich alle Noten zeigen, die ich jemals in den Qualifikationsphasen und auch über B-Tool in den Prüfungen bekommen habe und zudem auch noch meine ganz anderen Sachen vorlesen, wie die Sprachen, die Niveaus, die ich in den Sprachen jetzt habe und andere Bemerkungen, also andere Engagements in der Schule. Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art und fangen wir erstmal direkt an. Ich habe heute nämlich zwei mega coole Sachen hier. Das ist zum einen mein Zeugnis, was hier ist, zum anderen aber auch mein Abibuch, wo ich dann einen Steckpfiff rausgefüllt habe, da so Schülerrankings drin waren und Zitate, Bilder und so weiter, das werde ich euch auch nochmal in einem anderen Video zeigen. Also abonniert auf jeden Fall, um dieses Video dann auch zu sehen. Das ist nämlich wirklich witzig. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Abi-Zeugnis. Ich kann es jetzt nicht so ganz in die Kamera halten, weil da ja die Schule, Name, Adresse und sowas alles draufsteht, aber ich würde euch immer hier alles einblenden, was ihr sehen könnt. Also das Abi-Zeugnis ist so aufgebaut, dass es eben erstmal ein Deckblatt gibt. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Ich habe mir das ehrlicherweise auch noch gar nicht durchgelesen. Ich glaube, das ist relativ uninteressant. Wir können ja mal anfangen mit meinen Bemerkungen. Ich war jetzt ganz am Ende, aber ich glaube, das ist das, was auch so ein bisschen interessant ist. Und zwar habe ich da vier Bemerkungen. Zum einen steht drauf, dass Fach Wirtschaftswissenschaften wurde in der Zielfremdsprache Englisch unterrichtet. Ich hatte nämlich seit der achten Klasse, seit der siebten Klasse, hatte ich bilingualen Unterricht. Das heißt, ich hatte ein Fach immer auf Englisch und zusätzlich einen Englischunterricht. Also ich hatte immer Englischprofil, das heißt, ich glaube, zwei Stunden mehr Englisch bis zur zehnten Klasse war das. Und dann hatte ich ab der zehnten Wahlpflicht Fach Economics, also Wirtschaft auf Englisch. Und Neurostufe habe ich das Fach dann weitergeführt und hatte die ganze Zeit Wirtschaft auf Englisch. Da steht hier noch, Lara hat erfolgreich am Schul-, Regional- und Landeswettbewerb von Jugenddebattiert teilgenommen. Das wisst ihr ja auch schon. Ich habe dieses Jahr bei Jugenddebattiert mitgemacht. War eine richtig coole Erfahrung. Ich bereue es nicht. Ich hätte es gerne auch mal ein Jahr länger gemacht, aber jetzt bin ich ja nicht mehr in der Schule. Dann, Lara hat sich im Rahmen des Projektes Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage engagiert. Ich war Leiterin des Schule ohne Rassismus-Teams der Schule für zwei Jahre. Das heißt, wir haben da immer so Projekte gemacht zur Sensibilisierung, zu verschiedenen Themen. Es ging primär einfach immer um Rassismus und andere Arten der Diskriminierung. Da haben wir halt Workshops gegeben in den kleineren, unteren Klassen. Hat eigentlich auch immer Spaß gemacht und fand ich auch immer gut, das zu machen. Oh, das letzte steht hier noch. Zudem hat sie in den achten Klassen einen Workshop zum Thema Medienkompetenz durchgeführt. Das war auch so eine Geschichte. Und zwar hat die Schulleitung mitbekommen, dass ich YouTube mache, was obvious ist. Also das weiß, glaube ich, jeder auf meiner Schule. Und die haben mich dann angesprochen und haben mich gefragt, ob ich vielleicht mal einen Medienproduktionsworkshop machen kann in den achten Klassen dann eben. Und da habe ich ein bisschen was vorbereitet. PowerPoint, Aufgaben und so. Und habe dann, ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr? Ne, letztes Jahr war das. Da habe ich dann einfach für einen Tag so einen Workshop geleitet gegeben. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann steht hier zum Glück, Lara Emily hat die Abitur-Rufung bestanden und damit die Berechtigung zum Studium an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland erworben. Yay! Das heißt, ich kann mich jetzt bei der Uni anmelden. Das mache ich jetzt auch bald, schnellstmöglich. Und was ich auch noch ganz interessant fand, war, dass die Fremdsprachenbelegung außerdem auch noch das Niveau angegeben hatte. Also ich habe hier Englisch belegt. Dann steht hier Jahrstufe von dritter Klasse bis zur zwölften. Das stimmt. Und das heißt, dementsprechend weisen sie mir ein Level von B2, C1 nach. Man musste da jetzt eigentlich keinen Sprachtest wirklich machen. Also ich glaube, es liegt ein bisschen so daran, ich habe halt Leistungskurs Englisch gehabt und ich hatte halt 15 Punkte. Aber ich glaube, das haben die da nicht mit einberechnet. Aber ich kann sagen, ich habe auf jeden Fall wirklich ein C1-Level, das stimmt schon. Weil ich habe letztens auch das Cambridge-Zertifikat gemacht auf C1-Niveau und habe das auch bestanden. Also ich glaube, das stimmt schon so. Und in Spanisch wurde mir ein B2-Level jetzt hier nachgewiesen. Könnte auch auf jeden Fall hinhauen. Also ich habe auch die spanische Abiturprüfung mündlich gemacht und habe da auch 15 Punkte bekommen. Aber ob ich jetzt wirklich B2 oder noch eher B1, ich weiß es nicht. Öffnen wir das Ganze mal und kommen wir zu meinen Noten. Links stehen die Leistungen in die Qualifikationsphasen drauf und rechts die Leistungen in den Abiturprüfungen. Das Ganze ist aufgeteilt in vier Kategorien. Wir haben Sprachlich, Literarisch, Künstlerisch. Dann haben wir Gesellschaftwissenschaftlich und Mathematik, Naturwissenschaftlich, Technisch und weitere Fächer. Ich glaube, man kann schnell erkennen, in welchen Fächern ich gut bin, in welchen nicht so. Hier jetzt zum Beispiel in den sprachlich, literarisch, künstlerischem Aufgabenfeld habe ich halt einfach nur 3 mal 13 Punkte und sonst nur 14, 15. Ich kann es euch ja mal vorlesen. Und zwar hatte ich Deutsch, da hatte ich 13, 13, 13, 14. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Ich blende nochmal hier unten die Notentabelle ein. 15 Punkte ist eine 1 plus, 14 eine 1 und 13 eine 1 minus. Aber was mich halt aufregt, ist, dass ich eigentlich finde, ich hätte besser sein können in Deutsch. Aber egal. Egal. In Englisch, mein Leistungskurs hatte ich 15, 15, 15, 15. In Musik, 14, 14, 15, 15. Ich lese gerade übrigens die Qualifikationsphasen 1, 2, 3, 4, 1, halb Jahr so vor. Und in Spanisch hatte ich auch 15, 15, 15, 15, 15. Also man merkt, sprachlich, das liegt mir auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zum gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld. Da mussten auch zwei Fächer von mir gestrichen werden. Das System geht so, dass man bei uns 4,5 Jahre streichen kann. Also 4,5 Jahre in einem Fach. Und da werden immer automatisch die schlechtesten 4,5 Jahre gestrichen. Ist ja auch logisch. Da ich aber ein extra Fach gewählt hatte, durften bei mir 6 gestrichen werden. Ich habe gerade Quatsch erzählt, es sind natürlich nur 2. 2 darf man streichen, aber wenn ich ein extra Fach habe, sind es nochmal extra 4 Semester. Deswegen nochmal extra 4, also 6. Stimmt. Die ersten 2 Semester wurden in Geschichte gestrichen. Da hatte ich erst 11, 12. Dann aber 14, 14. Das war dieses Fach, wo die Lehrerin so extrem anspruchsvoll war. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, hab ich mir öfter erzählt. Naja. In politische Bildung, also in Politik, war mein zweiter Leistungskurs, hatte ich 15, 15, 15, 15. Worauf ich sehr stolz bin. Ich hätte das nicht gedacht, weil ich mir auch am Anfang gar nicht sicher war, ob ich wirklich PB als Leistungskurs wählen sollte. Weil ich war eigentlich davor nie so krass gut in PB oder so krass mega doll interessiert daran. Aber es hat sich dann auch so entwickelt in der Oberstufe. Also Leute, es kann sich bei euch vielfach auch noch entwickeln. Für mich war sogar die einzige im ersten Halbjahr, die 15 Punkte hatte. Was krass ist, weil ich weiß auch nicht, also irgendwie, ich würde mich jetzt gar nicht mal so als beste Person einschätzen in unserem Kurs. Aber naja, wie ihr wisst, viele Dinge spielen in die Noten halt mit rein. Dann haben wir Wirtschaftswissenschaft, also bei mir halt Economics. Ich hatte es ja auf Englisch und hatte da auch 15, 15, 15, 15. Da hatten wir, finde ich, aber eigentlich immer echt faire Tests. Es war schon ein cooles Fach, doch, es war schon ein cooles Fach. Dann kommen wir zu dem mathematischen, naturwissenschaftlichen, technischen Aufgabenfeld, was ich nicht gerne mag. Ich hatte da auch nur Bio und Mathe zum Glück. Ich hätte noch vielleicht Chemie und Physik dazu gewählt, aber nein Leute. Ich mache nur das, was ich muss in Naturwissenschaften. Bei Biologie hatte ich 13, 13, 14, 13. Wobei es mich auch mega aufregt, weil hätte mir die Lehrerin in der Mitarbeit im Q4 einen Punkt mehr gegeben, hätte ich ja auch 14 gehabt auf dem Zeugnis, aber egal. Und in Mathe bin ich auch sehr stolz. In Mathe hatte ich 14, 15, 13, 13. Aber wir kommen noch gleich zu den Abiturprüfungen. Ja und dann die weiteren Fächer hatte ich meinen Seminarkurs. Das heißt, der Kurs, in dem ich auch meine Seminararbeit geschrieben habe. Der Kurs hieß bei mir Recht, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Und ich habe da als Seminararbeit das Thema gewählt, inwiefern Reichtum gerecht ist, beziehungsweise inwiefern man Reichtum einschrecken sollte und könnte. Und da hatte ich auch jedes Semester 15 Punkte. Und in meiner Seminararbeit oder in meiner Verteidigung hatte ich übrigens auch 15 Punkte. Ich glaube in Q3 die Note war sogar die Seminararbeit und in Q4 die Verteidigung oder so. Weil ich erinnere mich nicht daran, dass wir noch ein Modelltest oder so da geschrieben haben oder Vorträge hatten. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mitarbeit vielleicht noch, ja. Und Sport. Bei mir wurde einfach jedes Semester Sport gestrichen. Also Sport war bei mir auch nicht mal so schlecht, ne. Ich hatte 11, 13, 13, 13. Von meinen Abiturprüfungen habe ich euch ja auch schon erzählt. Ich habe da mehrere Videos zugemacht. Und die Ergebnisse freuen mich natürlich mega. Mein erstes Abifach, mein Leistungskursfach war Englisch. Schriftlich habe ich 15 Punkte bekommen. Dann Politik, zweites Abiturfach war auch schriftlich. Und auch mein Leistungskurs habe ich auch 15 Punkte bekommen. Dann Mathematik, mein drittes Abifach hatte ich, also auch schriftlich, war aber mein Grundkurs. Da habe ich 11 bekommen. Ich bin sehr stolz auf die 11 Punkte, weil ich dachte, ich hätte weniger. Also Mathe ist echt nicht so meine Stärke. Ich bin mit 11 deswegen sehr, sehr happy. Und in Spanisch, meinem vierten Fach, also mündlich, auch Grundkurs, habe ich 15 Punkte bekommen. Das ergibt, jetzt kommt die Berechnung. Punktsumme aus den jeweils vier Halbjahreskursen der beiden Leistungskursfläche in doppelter Wertung. Das heißt also meine LKs in doppelter Wertung. 240 Punkte. Ach, das sind die meisten, die man erreichen kann, glaube ich, weil ich hatte in meinen LKs immer nur 15. Und deswegen, Leute, kann man nochmal sagen, fokussiert euch wirklich auf eure LKs, weil ich wusste auch nicht, dass die doppelt gezählt werden. Aber die LKs werden doppelt gewertet im Arbitur. Deswegen gebt da am besten am meisten Fokus drauf. Dann Punktsumme aus 30 Halbjahreskursen der Grundkursfächer, einschließlich der vier Halbjahreskurse des dritten und vierten der Betüpfungsfaches in einfacher Wertung. Ja, ist ja klar. Was steht hier? Sofern durch den Unterricht in einer fremdsprachlichen Sachfach die Belegverpflichtung einer Fremdsprache auf Grundkursfächerung erfüllt wird, sind 26 Halbjahreskurse einzubringen. Ah, okay, ich verstehe es. Aber das ist doch irgendwie Quatsch, weil da müssen die doch weniger Kurse einbringen, oder? Egal. Da habe ich dann 427 Punkte geschafft. Das heißt also, insgesamt sind das 667 Punkte. Stimmt das? Hatte ich so viel am Anfang? Das kann natürlich sein. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, weil man kann nur 600 Punkte erreichen. Das war auch die Sache, die ich damals nicht kapiert habe, weil ich wollte auch damals meinen Schnitt ausrechnen, quasi nur in der Q-Phase. Und da hatte ich schon mehr als 600 Punkte und das habe ich hier ja auch wieder. Ich verstehe da schon wieder nicht. Ich glaube, man kann diese Punkte nicht einfach so zusammen addieren. Das funktioniert nicht. Aber ist ja auch egal. Wir fragen uns das nicht. Ist mir eigentlich auch egal, wie das geht. Auf jeden Fall Punktsumme der Abiturprüfung in fünffacher Wertung. 280. Ich glaube, man konnte 300 erreichen, oder? 4 mal 5 sind 20. Ja. Okay, gut. Man musste mindestens 300 Punkte haben, um das Abi zu bestehen. Kann maximal 900 Punkte erreichen. Und ich habe 860 erreicht. Damit steht hier offiziell 1,0. Man braucht nämlich 823 für 1,0. Da ich aber mehr habe, bin ich schon unter 1,0. Und mathematisch gesehen ist das ein Schnitt von 0,8. Ich habe letztens schon in meiner Reaktion auf meine Abinoten den Schnitt vorgerechnet, wie ich das gerechnet habe. Und in dem Video haben noch einige andere Leute kommentiert, wie sie den Schnitt ausgerechnet haben und die richtige Formel dafür. Und die Formeln zeigen mir auch alle einen Schnitt von 0,8 an. Wie gesagt, habe ich alle Lernstrategien, alle Lernmethoden hier auf YouTube geteilt. Also, falls es sich interessiert, wie ich das hier gemacht habe, dann guckt gerne vorbei. Ich habe alles hier öffentlich mit euch geteilt. Kostenlos. Das war mein ganzes Zeugnis. Ich hoffe, dass es euch vielleicht ein bisschen geholfen hat. Oder euch vielleicht ein bisschen mehr zeigen konnte, auf was es wichtig ist zu achten im Abitur. Und euch gezeigt hat, wie so ein Abi-Zeugnis aufgebaut ist, damit ihr das für eure Oberstufe auch nutzen könnt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr an dem Zeugnis am überraschendsten fandet. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wie gesagt, bald kriegt ihr auch noch mein Abi-Buch. Zu sehen. Ihr kriegt es nicht, aber ihr kriegt es zu sehen. Es wird locker und mal voll witzig. Also, vergesst nicht zu abonnieren. Und dann hoffentlich bis ganz bald. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken.